Ja, ein großer Wunsch ist seit vielen Jahren mal eine längere Studienreise nach China zu machen, mit der Absicht Qigong tiefer zu vertiefen, einfach mal den ganzen Spirit des Landes auch kennenzulernen und Qigong ist eine wesentliche Säule der traditionellen chinesischen Medizin und es würde mich einfach interessieren, da so viel viel tiefer mal in die Materie einzusteigen und vielleicht wird es mal eine Möglichkeit geben, also wenn, dann muss es etwas länger dauern. Ich möchte, wenn, dann so ungefähr zwei, drei Monate und genau. Nun, die TCM basiert auf fünf Säulen, die Akupunktur ist noch den meisten bekannt, dann gibt es die Ernährungsmedizin, es gibt die Kräuterheilkunde nach TCM, es gibt die Tuina-Massage, eine sehr wohltuende Massage und es gibt eben Qigong und Qigong ist einfach die Möglichkeit, wie die Akupunktur, nur eben, man versucht durch Bewegung, durch Atmung den Energiefluss im Körper anzuregen. Ja, also meistens ist es tatsächlich so, dass jeder in seinem Alltag nicht die vollkommene Gelassenheit hat, das heißt, es ist gut, in die Stunde so entspannt wie möglich zu kommen, vielleicht auch schon den Weg in die Stunde versuchen zu starten, einfach mit dieser Gelassenheit, mit dieser tieferen Atmung, aber auf jeden Fall soll jeder nach der Stunde entspannt, aber auch wieder vitalisierend herauskommen. Ja, also mein Weg zum Qigong war über einige Umwege, ich war tatsächlich auch eher im Bereich Sport, eher auch im Leistungsbereich, ich habe jahrelang Rock'n'Roll, Akrobatik, turniermäßig getanzt, war gerne und viel im Gebirge. Das Krafttraining gehört auch sehr, sehr wesentlich dazu und irgendwann war ich zusätzlich einfach das Interesse zur Meditation, zur Ruhe, einfach einen Ausgleich zu finden. Die Natur hat mir immer schon noch sehr viel Kraft gegeben und dann habe ich mich über Jahre mal für Yoga, mal für Qigong, mal für andere Achtsamkeit zur Meditationsformel interessiert und irgendwann habe ich gemerkt, dass es in einem Leben nie ausgeht, hier so viele Sachen auf einmal zu lernen und habe mich dann zum Glück, sage ich mal, heute auf Qigong einfach eingelassen, habe viel mehr so außen vor gelassen, habe mich dann speziell auf Qigong einfach, ja, auf zunehmende Kurse besucht, Ausbildungen und das war dann mein Weg zum Qigong, was aber auch nicht immer sein muss, dass ich nur Qigong mache, weil ich gehe trotzdem noch immer sehr gerne ins Gebirge. Ich gehe gerne auch ins Fitnessstudio, weil es einfach, glaube ich, auch dazugehört. Aber Qigong ist einfach eine Art der achtsamkeitsorientierten Persönlichkeitsarbeit und hilft uns, glaube ich, allen in diesem schnelllebigen Alltag ein bisschen auch Ruhe zu finden. Ja, es ist richtig, dass diese langsame Bewegungsform kombiniert mit der Atmung ein wesentlicher Bestandteil des Qigong ist. Es gibt beim Qigong die Körperübungen und es gibt Meditationsübungen. Das eine nennt sich Qigong in Bewegung, das andere eher in Ruhe. Und im Tonverein machen wir überwiegend diese Bewegungsformen und es ist einfach eine Form der Koordination, aber auch der Mobilisation. Also wir bewegen den ganzen Körper durch, alle großen Gelenke. Und das hilft natürlich schon sehr, sehr viel, einfach beweglicher, aber auch fitter zu werden. Und für viele ist das wieder auch ein Einstieg in den Sport, in die Bewegung. Vielleicht nach Jahren der Mutterschaft, der Arbeitszeit oder sowas, in der Frühpension sich dann jemand wieder entscheidet, in die Bewegung zu kommen. Und für solche Sachen ist Qigong natürlich sehr gut geeignet, um wieder in die Bewegung zu kommen. Wir sind eine Stunde lang stehend, also die ganzen Übungen finden im Stehen statt. Und das ist durchaus schon auch die ersten Stunden mal ab und zu vielleicht herausfordernd. Ja, also nach der Stunde ist es ja immer schön, wenn so ein Feedback kommt, dass es den Leuten gut getan hat, dass sie entspannter sind, dass vielleicht die Schmerzen auch weg sind, unterschiedliche. Also von Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, dass die Leute sagen, sie sind entspannter, sie können besser, tiefer durchatmen. Und sehr schön sind auch Rückmeldungen, wenn dann so nach Monaten was kommt, dass es jetzt, nachdem ich seit einigen Monaten bei dir bin, geht es mir wieder besser. Ich kann wieder leichter zum Wandern gehen, ich komme wieder besser runter auf den Boden oder irgendwie, ich kann wieder nach oben greifen. Viele Übungen gehen ja auch mit den Händen nach oben. Das heißt, viele, die im Schulterbereich Probleme haben, bekomme ich dann Rückmeldungen, dass es jetzt wieder besser geht, schmerzfrei geht und das ist einfach total schön. Also mindestens einmal die Woche, das ist das, was wir hier im Tonverein haben. Das heißt also einmal die Woche sollte man Qigong, für Qigong einfach eine Stunde mal Zeit finden. Ich selber versuche an mindestens fünf Tagen die Woche Qigong zu praktizieren. Natürlich, wenn man die Zeit finden würde, wäre es gut jeden Tag. Dann muss man aber auch so ehrlich sein, dass es halt oft nicht geht. Man kann aber auch einfach mit wenigen Übungen schon mal starten. Das heißt, wenn ich mal an einem Tag nicht die volle Stunde Zeit habe, reichen auch schon mal einfach zwei, drei Übungen. Und mit zehn, 15 Minuten, die sollte jeder für sich finden, kann man sich irrsinnig viel Gutes tun und hat da über lange Zeit sehr, sehr schnell oder über kurze Zeit schnell einen positiven Nutzen. Tatsächlich ist das alles im Bereich Gesundheit, Bewegung, Sport. Da sind einfach meine Schwerpunkte oder auch meine Lieblingsthemen, also das Krafttraining, das Faszientraining, das Beweglichkeitstraining und alles, was mit der Achtsamkeit und Qigong zu tun hat. In der Freizeit gehe ich gerne selber ins Gebirge. Ich mache ja auch gerne mal geführte Touren. Aber tatsächlich, wenn ich alleine bin, gehe ich sehr gerne auch alleine ins Gebirge. Ich finde, Wels hat einfach die Traumauern. Da kann man Stand-up paddeln, da kann man schwimmen gehen, da kann man rauf oder runter laufen. Ich bin gerne draußen in der Natur. Lese gerne, koche gerne, treffe mich mit Freunden. Und oft ist natürlich irgendein sportlicher Charakter, Bewegungscharakter oder einfach der Genuss und das Treffen mit guten und lieben Menschen. Mir als Trainer gefällt am meisten an meiner Trainingseinheiten das gute Gefühl danach. Das ist wahrscheinlich das stärkste und schönste Gefühl. Die Technologie Die Technologie Bis zum nächsten Mal.